Man darf sich jetzt ein Auto auswählen, ich weiß nicht, ob Frips das gescheit aufnimmt, hat er es hier ein bisschen verpackt, aber ich nehme den hier, ich weiß nämlich noch, der Panzer war scheiße und eins von den beiden war gut und ich glaube, es war der Star. Mal sehen. Ein Duell in unserem neuen Auto. Zeigen Sie mir, was Sie können, Champion, brauchen Sie mir nicht meine Zeit. Zeigen Sie mir was, ganz hier. Bam, denn man hat diese GR-Up-Raketen und die gehen richtig ab. Er ist tot. One-Hit. Einfach so. Mama Sorghäler. Zwar nicht sehr möglich, das Auto, aber sehr schlagkräftig. Bam. Hehe. Easy one. Geld. Ich kann Ihnen Geld geben. Ich brauch kein Geld. Was wollen Sie? Sagen Sie mir es! Ich kann es Ihnen geben! Um Gottes Willen, bitte! Bitte helfen Sie mir aus dem Auto raus! Ich verlass nie deine Karre! Tja, das war das Let's Play zu Interstate 76. Ich hoffe natürlich es hat euch gefallen. Ich hatte wieder sehr grossen Sparten im Spiel nach dieser langen Zeit. Einfach göttlich. Aber das Let's Play ist damit nicht einmal beendet. Denn es gibt noch ein paar Soforteinsätze, ein paar Missionen noch. Die haben zwar mit der Hauptstory so nichts zu tun, sind aber alle ganz nett. Und die werde ich natürlich alle noch aufnehmen und alles. Das heißt, die Hauptstory ist jetzt vorbei. Aber es kommt noch was. Man sieht sich dann dort. Bis dann. Tschau! .